Grafikfehler. Egal. Mal sehen. Was gibt's denn hier? Kleidung kaufen? Graues Shirt. Polohemd. Team Polohemd. Team T-Shirt. Team Basketballtrikot. Hoodie. Hey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Blau. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich mag diese kaputzen Pullis. Ja, solche Pullis mach ich auch gerne. Soll wir Astronomie-Club-Pullohen da? Ich glaub, es hackt Schulpullover. Wir sehen. Wir sehen. Was gibt's denn hier für den linken Arm? Arte. So. Team Schweißband, Schweißband. Es gibt nur Schweißbänder. Wie lame. Rechter Arm. Auch nur Schweißbänder. Wie Beine. Eine Sporthose. Shorts. Ach. Ich kauf davon eh nix. 144 Dollar für eine Hose. Hallo. Die Schule ist ein totaler Dreck, ja? Was? Och, das ist... Ist das... Bist du das? Nein, das ist nicht in mir verkrusteten Herpes. Warte, wie ging das nochmal? Ja, klar. Kein Problem. Ach, komm. So, hallo. Huch. So. Muss ich jetzt das Schloss aufknacken, oder wie geht das? Ja, muss ich. Oh, muss ich aber erst mal warten, bis der Lehrer vorbei ist. Na? Na? Oh, jetzt geh weg von deinem Spind, ey. So, Schloss knacken. So. Hey, 10 Dollar verdient. Schön. Okay. Der nächste Unterricht ist unten. Ist das Englisch? Ich glaube, das ist hier jetzt Englisch. Ja, Englisch. Okay. Ich bin ja schlau und ich hab mir jetzt mal die Wörter mal aus dem Internet ausgedruckt. Weil ich einfach solche Scheiß einfach nicht kann. Und ohne... Mit Zeitdruck und ohne... Ach. So. Zack. Okay, schal. Darauf bin ich ja auch noch gekommen. Oh, nicht so. Nein. Nein. Ach. So. Eingehen. Okay, schal. Schal. Schlaf. Nein. So. So. Fach. Lash. Äh, Lachs. Ach, ich hab noch Zeit. Gut. Äh, Flach. Äh, Flach. Äh, Flach. So. Okay, Flach. Flachs. Nein, nein. So, bestanden. Falsch. Äh, Hals. Ist ja eher nicht alle Wörter, die da abgez... Ah, egal. Sind genug. Äh. Äh. Gehen noch englische Wörter? Ja. Okay. Schlaf hab ich ja schon. Oder? Ja, hab ich. Äh. Nein, nein, nein. So. Äh, ausgezeichnet. Ähm. Fahl. Oder hab ich das schon? Ja, geht doch. Äh. Sah. Ach, nee, hab ich ja schon. Äh. Äh. Fahl. Also, Englisch ist das sowieso nicht, ey. Das ist ein Deutsch hier. Äh. Äh. Lars. So. Jetzt fehlen nur noch zwei Wörter mit drei Buchstaben. Aber. Egal. Äh. Ja, egal. Warte ich jetzt einmal, bis die Zeit ausgesst. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Endlich. 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 Ich bin einmal im Leben bestanden. Oh. Nicht auf den Film. Oh cool, ich kann mich... Okay, Entschuldigungsbonus freigeschaltet. Hat er an seinen Achsen gerochen? Egal. Ich frage gar nicht. Nein. Nein. Ach, die prügeln sich da. Aha. So, jetzt versuche ich das nochmal mit dem Zeitungsjungen. Es wurbt mich ein bisschen, dass ich das nicht geschafft habe. Aber Übo macht ja bekanntlich den Meister. Deswegen rechne ich mir jetzt da bessere Chancen aus. Ist hier irgendwo ein Fahrrad, das ich hier klauen kann? Nein, da ist nur Bucky mit seiner Hose. Boah, der Typ. Boah. Ah. Da wollen wir nochmal einen auf Zeitungsjungen machen. Ist ja noch hell, da kann ich ja noch besser sehen. Wuii, hallo. So. Wo ist es denn? Wo muss ich hier denn das einbiegen? Ich glaube, er ist die nächste Straße. Ja, die nächste Straße. Hallo, du reiches Blark. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay. Reicht es, wenn ich da mit dem Fahrrad drüber fahre? Ja. Cool. Schon mal Zeit gespart. Ja, es klappt auch jetzt schon viel besser. Okay. Das klappt auch jetzt deutlich besser. Um schön das Klischee zu... Hallo? Ich wollte eigentlich... Egal, ich muss jetzt wahrscheinlich eh wenden. Hallo? So. Ich hab drei neue Kunden. Ich hab's geschafft. Bitches. Ich hab den Hund tot gefahren. Selbst schuld, ey.